Oh, Drachengärten. Guck mal, der Drache sieht so behindert aus. Was ist das? Behindert der Drache? In der Rüstung, Alter. So, kontrolliere die Schreine. Okay, muss dein Team zwei Schreine kontrollieren. Was ist die Stelle? Ach genau, da muss man halt so zwei Dinge kontrollieren. Die sind oben und unten, glaube ich, südlich und nördlich von der Web. Und wenn man die kontrolliert, kann man irgendwas drücken und dann kommt ein Drache raus. Kann man irgendwas drücken? Ja, und da war in der Mitte Damage, ey. Rage drückt an dich, ja. Drück mich mal. Lass es am Anfang direkt zusammenlaufen. Wir gehen alle in die Mitte. Ja, hier, genau. Wo ist in die Mitte? Nein, nein, Rage. Geht mal an die Tür, geht mal in die Tür. Erstmal. Erstmal hier in die Tür. Die Schicht beginnt in 10 Sekunden. Wir gehen dann gleich hier direkt zur Mitte. Sieben Sekunden. Talent verfügbar. Okay. Lass uns raus. Lass uns raus. Ey, lass uns. Und direkt, direkt drauf, ey. Er kommt. Lass uns raus. Lass uns raus. Schöne Stratuhe. Lass dir direkt in der Mitte pushen am besten, ey. Kannst du auch nicht in der Tür packen? Ja. Ich wollte den, äh, pushen, aber ich kann nicht machen. Ja, der Tower muss auch pushen, der ist übel, ey. Ja. Das ist richtig, der Gegner. Dann kann man auf den Tower gehen. Aber ich bin Profi. Glaubt nicht. Egal, äh, guck mal da unten, geht was ab. Das ist das Ding hingehen. Das ist ein richtiger Gegner, oder? Mit, mit Y könnt ihr aufsitzen. Ja. Und dann, wir gehen auf, äh, äh, Waller, Waller. Ah, fuck. Geht weg, geht weg, geht weg. Das war echt scheiße. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen euch. Was macht ihr? Die Schreinen können wir nichts machen. Wir müssen unten und oben. Hier, seht ihr das? Ja, ich will diese Kugel. Oh, das ist gleich. Was ist los mit dir, hä? Komm, töte wieder. Oh. Hey, pass auf, geh weg. Oh, wir gehen mir kontrollieren durch die Schreine. Aha. Oh, der ist schon voll der viel bessere Vogel als der. Ich will die Minimap auf der linken Seite haben. Geht das? Nee. Wir kontrollieren den Schrein. Der Gegner kontrolliert den Schrein. Ja, der, äh, ihr dürft da jetzt nix, ihr müsst ja gucken, dass die in die Kraft gehen. Ja, dann drück B, du Affe. Ich kann nicht reiten. Ja, dann bist du schon so schnell. Die fehlen hier in der Mitte. Hattet ich auch gar keine Map-Overview. Ja, das kommt noch. Alles, es gibt alles, kannst du nicht standen. Ich kann nur diesen Bildernblitzwerfen und... Geht auch seine Talente mit Steuerung nennen, ja? Ja, ja. Oh, ich weiß gar nicht. Geht zurück, ich weiß nicht, was dieser Strahl hier macht, aber... Keinne das Spiel. Na, die... Die... Die connecten sich irgendwie, aber ich weiß nicht, was das macht. Den resten. Ja, jetzt weg, weg. Wählt ein Talent. Ich weiß nicht, was das macht. Oh, ich weiß nicht, was das macht. Ich weiß nicht, was das macht. Supermiss machen wir, Supermiss! Warum zwar... Oh, die haben riesenvieh! Ja, der macht auch jetzt ziemlich stämt Wollup lässt den Wurzuch Oh nein, das sind so viele, geht ja nicht mal hin Oh, die sind so elegant Oh Gott, so Aber warum fährt der dann wieder zurück hier? Weil die Treffen werden nicht vergessen werden Alle fahren Hamster Nein! Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Marvin? Ja, was denn? Was denn? Was der grüne Lebensbalken ist und was der gelbe bedeutet Wo? Also mein gelbe Lebensbalken ist jetzt gelb Der ist immer gelb Nee, von der anderen ist der grün Ja, und deiner ist immer gelb Das ist die Lösung Ach so Auch gut Oh Mann, ey! Runter, runter, runter! Nee, passt auf Wir müssen aber jetzt trotzdem was zusammen machen Also es wird echt eng Ja, die haben das Lager geholt Ja, kommt mal hier, lass die mal kaputt machen Die Mops erst Was denn? Lass mal zusammen Den mob auch noch grad Die zwei Das könnte gut werden Das ist hier unten Das ist hier unten Und wir haben da noch nen Lager Vorsicht Das könnten Leute sein Aber es können maximal nur vier sein Aber es können maximal nur vier sein Das war eigentlich gut an Grimmel-Makes-Pay, oder? Äh, ne, das kann ich nicht nicht spielen Ich bin aber gleich aufgeteilt Ach, die Bunches sind ja mal, gell Guck mal, hier oben Lass den holen Lass den ganken Von hinten Hier Mach doch mal, wo seid ihr? Ich bin doch am 7, aber ich komme nicht dran Ich bin zu weit weg Ich bin zu weit weg Zeigt ihnen, wozu wir in der Lage sind Hoi Nee Wohin? Du müssen da hochgehen, den Stein da oben Oh, wir müssen sag Ah Mal gucken wo er hingeht, lass den mal ablocken. Hier, der muss unbedingt wach werden. Wer denn was denn? Hier, der trabten Dings. Wollt ihr bitte kommen? War das ein Kick, alles? Bist du weit raus? Ich hab doch dahinter. Alter, ich hab mich doch voll weggekackt. Ja, wir haben ihn auch geliebt. Bremskrug vorbei. Ja, ich hab dich gecheckt. Hallo. Oh, ja. Nein. Oh, Mann. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Raiders rocken. Wählt ein Talent. Wählt ein Talent. Wenn du weit weg raus kommst, hast du ein Geld. Ja, ich habe alles Geld nicht. Ich bin ein Talent. Mann wird命 in die Kraft schweif. Ja, ich bin ein Talent. Ich bin ein Talent. Ja, ich bin ein Talent. Ein Held ist vor der Flach geflohen. Ein Held ist in die Flucht zurückgekehrt. Oh, ein Gegner hat das Spiel verlassen. Ja, hat man nicht Bock gehabt. Ja. So. So, jetzt weg mal. Aber klappt! Vorwärts! Nein! Versteckt haben sie keine. Oh, das ist ein Lager. Toll! Okay, warte, warte. Ähm. in anspruch der drache wartet befreit ihn und vernichtet eure feinde ich geh runter zum schreien ja das sind tausend leute warum warum macht er das denn nicht bitte sein bitte nicht könnt ihr nix machen da oben ist das ist ein geistes geistbilder Bro Verdammt, ich bin so schlecht, ey Ray, du wirst gedroppt Ich bin noch drin Bestand, du hast, ich bin verlassen Da oben braucht der einen Ich bin da oben am Tower, aber ich werde eingeladen Schau mal Jetzt können wir gehen, ich bin mal Ah, wir haben wieder ein Drachen Hotel Wir haben den nicht einmal gekriegt Habt ihr den jetzt bekommen oder was? Ja, natürlich, das dritte Mal Guck mal, die gucken wir uns hier zu Wie wir hier kämpfen Alter, kommt auch runter Drück mal B oder so, dann könnt ihr voll in die Base Ja Ja Ich muss jetzt Bitte dagegen pushen, aber ordentlich. Pushen, 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 hallo! Oh Gott. Achso, jetzt bin ich keine Freeze. Ja, über den Tower steht ich mir nicht. Fünf Sekunden, ist wieder jemand da? Boah, wir haben Level auch gut, Jungs. Papst, was geht. Den Tower am besten auch noch. Es sind noch drei tot. Den hol mir, den hol mir, komm, drauf. Arnold, er wird schlecht, der steht immer dahleber. Der geht auch noch. Weiter, weiter. Und dann nimmt direkt die... die Dinger... Der schläft dich, der schläft dich. Alter, wie der mich runterhaut, der Penner. Hier, den. Der schläft dich. Der schläft dich, der schläft dich. Der schläft dich aus dem Stein. Mach, versucht, versucht. Der Dem- Der Dämoniager kommt zurück. JEDERZEIT. Oh, da kommt ein Gegner auf den Hyperion Lauf zusammen, guck mal hier unten ist einer am Campen und mach das bitte zusammen Ja, spiel doch hier bei Pesti Ihr lauft, ihr seid alle drei gespielt, ey Nein, jetzt nicht mehr. Hier, mach das Ziel Ah, jetzt hier, geh da runter, ich geh da hoch Entfesselt seine Macht Mach runter oder hoch oder schön Ich geh runter, ich geh runter Je nachdem wie nah du an was bist Egal, ich geh hoch Jetzt durch unten Ja, ich hab's Geh hoch und mach ich Muss ich drin stehen bleiben? Ja, so lange bis es blau ist Ja, es ist blau Jetzt ist es blau Ich geh mal hier runter und hol es In die, äh, in die Mitte, ja? Ach nein, hier oben ist wahrscheinlich wieder einer Fuck Bei den anderen Ja, die Gegner gehen nach unten, das einnehmen Ja, die Gegner gehen nach unten, das einnehmen Ja, die Gegner gehen nach unten, das einnehmen Ja, die Gegner Dinkel Und jetzt einfach nicht Ein oder andere Nein Geh ... Und jetzt einfach nicht Oh! Mitte oder was? Ja, Mitte. Die Creeps müssen ganz schrecklich gemacht werden. Drachenhüter gehört uns? Woller da. Und wer spielt den? Na, äh, Anubarak. Also ein Hero spielt den nicht mehr, oder? Ja. Das mit der Wirt zu gehen, oder? Ja. Euer Bluchrausch ist vorbei. Jawoll, Ray! Den auch noch! Jawoll! Easy! Damit kann ich nicht! Ja, wir sind gleich noch zu hoch. Okay, das ist noch zufrieden. Hey, der Passoff hat mega ziemlich. Geh jetzt angreifen! Jawoll! Genocide! Heid! Hab ich den getötet? Ich glaube. Weil er hat schon Waller getötet. Ja, da steht nie von wem. Von wem. Waller. Ja, ja. Ist nicht wie ein CS. Wo dann noch schon die Headshots angezeigt werden. Nee, oder... Da steht ja auch, wer wen getötet hat. Ja, ich weiß. Aber... Ist halt... ... eher so aufs Team gerichtet, den ganzen Anzeigen. Nee, einer lebt wieder. Zwei leben. Ne, einer, ja. Hier, versucht die ganzen Dinge einzunehmen, gell. Das hier... Ja, ich bin unterwegs. Ich geh mit dir mal. Ich komm mit... Ich versuch in den nächsten zu gehen, oder? Nee, wir machen das zusammen. Ja, ehe mir dann noch kurz stehen bleibt. Äh... Guck mal da oben, der Rainer. Wenn der dumm ist, kommt der. Wir warten jetzt hier... ... hinterm Busch hier. Ich benötige Beistand. Da ist er. Hol'n. Jederzeit. Ja, hol'n oben die Sonne. Ich mach' die Clips hier. Oder ja, Mike, mach' du das? Ja. Oh... Ach, genau. Oben ist die Sonne und den Mond, hab' ich gehabt. Irgendwie... Frosty. Ja, das macht nix. Ist hier einfach tot. Boah, der steht da hingebeamt? Da hatt' ich da hingebeamt. Rot. Ja, dann lass' ihn halt holen. Wir müssen ganken, jetzt ist er tot. Wir sind beide tot. Ich geh' auf die andere Seite. Ja. Das war's. Und jetzt haben sie nix mehr. Neuen Stufe! Habt ihr das Double-Kill auch grad' gehört? Lass' hier pushen. Ja, das hat mich zu. Lass' hier pushen. Lass' hier pushen. Oh, voilà. Ok, pushen, pushen, pushen. Ach, gib mir. Kommt n' Hyperion. Dann geweck, geweck. Ja, ja. Der wird zurück. Hablududududududududududududud. und das was wir haben ich gehe und nehmen nja aber ich ja so das muss zu derzeit zu denken m b den Karten Korn aber jetzt kann es zu stärken wollen wir werden er er stellt einen Arsch geschossen und der Fettvogel und der Vogel ist fetter als du zurecht auf Ort hallo und das einigermaßen gut Ja, ich hab's gedefft, halt. Dass da oben immer 100% steht, ist auch normal, ja? Wie zieht er denn? Das ist halt die letzte Gebäude quasi. Oh, du wolltest es unten einnehmen, wie? Er ist schon tot, aber 100% steht da immer, oder? Oh, Gott. Äh, nein, es steht da nicht immer. Warum soll es da immer stehen? Wenn dein Gebäude stirbt, ist es tot. Ist null. Oder was meinst du jetzt? Ja, was sollen denn diese Balken? Das sieht doch aus, als ob da schon ein Teil davon abgelaufen ist. Ja, das ist schlecht. Die Restgebäude, die schon waren oder wie? Ist einfach schlecht gemacht. Jetzt soll mal die Rechte machen, dann können wir den Krieg sehen. Ja, was ist mit denen? Die sind einfach weg und... Ja, da ist aber kein Gebäude, was eingestufen wird. Können wir doch mal. Ja, scheiße. Jetzt haben die den. Deswegen wollte ich da hin. Ja, der kommt jetzt in die Mitte. Ja, der kommt jetzt in die Mitte. Ja, das ist meine Mitte jetzt. Das Leben anfühlen uns. Ja, schatz, ich drück deine auf 1 doppelklick, du schau mal einen Hero wie der sehe, aber ich muss auch gleich was drücken. Geht drauf, geht auf drauf, das ist nur der da. Schnell, 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 schnell. Haha, ein Kicker, ey. Das war nicht vollendet. Mann! Die eine kam mit nix weg, ey. Ja. Die macht hier das Kriegcamp vielleicht. Ja. Hier, hol's euch. Bei mir, bei mir, bei mir. In der Mitte. Ich hab's nicht vollendet. Hast du? Das ist ein Tidbot. Ok, lasst euch jetzt nicht schnabsen, die kriegt ihr auch. Komm, ey, wenn ihr die kriegt, ist alles vorbei. Boah, mach, schleckle, schleckle, schleckle. Ist ja nix grad. ja ich sehe ich ja du läufst doch zurück in die Base du kommst doch wahrscheinlich gleich wieder da hmmm naja so eine Bungie-Toll in dir ich bin nervös raus ich kommts auch es sind noch 3 tot da stehen wir da oh gott was machen die ach ja ok holt ab Mike pass auf Mike helft denen helft denen ok stop das haben wir so soll ich runter gehen? nein wir machen das jetzt wir machen die Gebäude hier die sind viel wichtiger danach wenn wir zurück gehen vielleicht heute weg weg nein oh boom ja das ist gut das gegnerische Team wurde vernichtet fest und zerstört chaos das geht nicht fest und zerstört dann einzelne geht dann einzelne geht dann einzelne geht dann schon alles doppelkill das gegnerische Team wurde vernichtet ein also wenn zu viel Action ist bringt mein PC krampig das zieh pfeil hat das Spiel verlassen ok was ist los ey ja was soll ich machen